Na, wie ist es so, das ganze Land einzusperren, hä? Da muss man sich doch richtig gut fühlen. Sind Sie eigentlich schon geimpft, Frau Merkel? Mit AstraZeneca, oder? Noch nicht, ne? Hallo? Ja, darf Politik so sexy sein? Wie gesagt, Frau Merkel hat einen flotten Schritt. Das müssen wir zugespielt. Ja, das stimmt. Sehr interessant, sehr, sehr grazil, wie sie da so durch die Gegend schreitet. Wohlabend zu sein. Ja, das ist so, dass wir nicht, sondern sehr, sehr schön sind. Ach nicht doch, es war so schön. Warum fährt sie denn schon? Wo fährt sie denn hin?